Liebe Community, heute starten wir wieder voll durch mit einem besonderen Giveaway. Ich präsentiere das Trauma-Lama. Das ist ein offizielles Die Sims Plüschtier und das ist ein ganz besonderes Plüschtier, das ihr gewinnen könnt. Ich verlose zwei Gewinnpakete mit einem Trauma-Lama und zwei Origin-Codes für die Sims 4 High School Jahre und die Sims 4S, der Outfit-Set. Also zwei Gewinnpakete, drei Gewinne jeweils und das könnt ihr abstauben, denn es kam ja erst jetzt das neue, die Sims 4S, der Outfit-Set raus. Da gibt es ja neue Klamotten und Accessoires für die Kinder. Die Altersstufe kommt da richtig zur Geltung in diesem Pack, in diesem Set. Und wir wollen Trauma-Kits sehen. Wenn ihr so ein besonderes Lama haben wollt, müsst ihr Trauma-Kits erstellen, um ein Trauma-Lama zu bekommen. Und die Altersstufe muss natürlich Kind sein, das Geschlecht ist egal, alle Packs sind erlaubt. Ihr benötigt aber keine Packs, um mitzumachen und CC ist nicht erlaubt. Und das Ganze müsst ihr dann erstellen und hochladen, kreativ zum Thema kleine Rabauken, Trauma-Kits, in die Sims 4 Galerie, ladet ihr das dann hoch bis zum 23.09. Und unter dem Hashtag Trauma-Kits. Ja, das ist ganz wichtig, in der Beschreibung. Wem das jetzt zu schnell geht, in der Videobeschreibung steht auch nochmal alles. Dort findet ihr auch die Teilnahmebedingungen. Und mitmachen könnt ihr aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz. So, ja, wie geht das Ganze dann? Wir gucken uns in dem Showcase-Stream eure Kids an, die ihr erstellt habt und hochgeladen habt. Und dann wähle ich zwei Gewinner aus. Wir machen das eigentlich, glaube ich, zusammen mit der Community, welche Kids ihr besonders kreativ und cool, passend zum Thema Trauma-Kits findet. Und dann wählen wir zwei aus und die bekommen dann dieses fette Gewinnpaket. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Mitmachen. Viel Glück natürlich dann auch schon mal. Und guckt in die Videobeschreibung. Dort findet ihr nochmal alle Details. Ja, euer Daniel. Macht's gut.